Wegen Zyste, Wikipartison muss auf Eis liegen. Wikipartison, 35, plagen gesundheitliche Probleme. Die Geordi-Schore-Bekanntheit hält ihre Community gerne auf dem Laufenden und meldet sich fast täglich mit Updates aus ihrem Leben, auch zum Thema Baby. Momentan ist der reelle DTV-Star noch kinderlos. Eine Zeit lang war sie sich zudem nicht sicher, wann und ob sie überhaupt Mutter werden möchte. In den vergangenen Wochen unterzog sie sich aber eine Fruchtbarkeitsbehandlung. Diese musste Wikipartison nun aber wegen einer Zyste abbrechen. Via Instagram berichtete Wikipartison nun, dass sie ihre Fruchtbarkeitsbehandlung erst einmal nicht fortführen könne, da an ihrem Eierstock eine Zyste entdeckt worden sei. Darüber ist die 35-Jährige total traurig. Ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht und habe gestern den größten Teil des Tages damit verbracht. Zu weinen, gestand die britische TV-Berühmtheit. Dennoch versuche Wikipositiv zu denken, das ist nicht ungewöhnlich, und wie ich gerade lerne. Verlaufen solche Reisen nicht immer linear. Dabei kann sie mit Sicherheit auf die Unterstützung ihres Verlobten hoffen. Erkan Ramadan hat ihr im Februar 2022 einen Heiratsantrag gemacht. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.